Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, vom 2. bis 4. Juni 2023, also jetzt in knapp anderthalb Wochen, wird es in Göttingen das Play Forward Festival geben. Ein digitales und analoges Spielefestival und ich werde mich da so ein bisschen um den analogen Part kümmern. Hier in Göttingen gibt es die alte Mensa, oder die Willems Mensa, wo früher halt Studenten gegessen haben. Das hat vor über zehn Jahren, glaube ich, zugemacht und ja, da sind jetzt so Veranstaltungsräume drin und da werden wir halt dann am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr sein. Der Verein Blick aufs Brett wird auch da sein und wird die Spielerausleihe organisieren. Es wird insgesamt 96 Tische da geben, wobei ein paar auch dann eben so für Blick aufs Brett zum Beispiel und für ein paar Verlage, die auch da sein werden, abgestellt werden müssen. Das heißt, es wird so 60 bis 70 Tische geben, an denen gespielt werden kann. Das Ganze kostet keinen Eintritt. Man kommt da einfach hin, holt sich in einem Spielerauslei ins Spiel. Ihr könnt sehr wahrscheinlich auch eigene Spiele mitbringen, wenn ihr sagt, ihr wollt euch da verabreden, um irgendwas Größeres vielleicht zu spielen. Wobei das natürlich auch so ein Festival ist, wo wir hoffen auch einfach, dass natürlich viele Leute, die vielleicht gar nicht so viel mit Brettspielen zu tun haben, da mal vorbeischauen, sich hinsetzen, ein paar Spiele spielen. Und es wird auch Spiel des Jahres, das ist ja jetzt bekannt gegeben worden. Und dann werden auch einzelne Verlage da sein und halt auch von sich Neuheiten da sein. Ich weiß zum Beispiel, dass Asmodee da sein wird und relativ viele Geschichten vorstellen wird. Und dann wird es auch so eine eigene Abteilung geben, wo man sich halt die Spieles-Jahres-Spiele angucken kann. Das heißt, man kann dann so ein Funfact spielen oder ein Next Station London wird da gespielt werden können. Oder auch ein Dorfromantik kann man dann einfach ausprobieren und dadurch vielleicht so ein bisschen den Zugang zu Spielen bekommen. Unten gibt es so zwei kleinere Räume, das sind schon auch riesen Festseele. Und oben gibt es dann einen durchgehenden Raum. Und ich vermute, es wird so sein, dass unten dann halt so Spieles-Jahres ist. Und halt so auch so, sag ich mal, Laufkundschaft, so die Spieler, die einfach neugierig sind, dass dann auch so ein paar seichtere Titel aufgebaut sein werden. Und oben in den großen Saal kann man sich dann einfach setzen und da dann eben Spiele spielen, sich die aus der Spielerausleihe holen. Und wie gesagt, ich werde auch auf jeden Fall den ganzen Tag da sein, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Das heißt, wenn ihr da mit mir quatschen wollt, mit mir spielen wollt, habt ihr da auf jeden Fall auch die Gelegenheit zu. Es wird da kein großes Catering oder sowas geben. Der Wilhelmsplatz ist hier der super zentrale Ort in Göttingen. Da ist direkt quasi, weiß ich nicht, 20 Meter von weg ist ein Subway, wo man sich versorgen kann. Daneben ist so ein asiatischer Sushi-Laden. Daneben ist der Europix, so ein Dönerladen, wo man sich auch dann relativ günstig Getränke holen kann. Rewe und alles ist drumherum. Das ist hier 80 Meter von mir zu Hause weg. Also das ist wirklich super zentral. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn da richtig viele von euch kommen werden. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel da los ist. Wenn da 35 Grad sind und strahlender Sonnenschein, kann es sein, dass wir da mit 20 Leuten sitzen und irgendwie gemütlich was spielen. Wenn es irgendwie in Strömen regnet, kann es sein, dass 500 Leute kommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir wirklich auch nur die ganzen zwei Tage über 30 Leute, die die Zeit einfach nutzen, um richtig viel zu spielen. Vielleicht ist die ganze Zeit was los. Es ist das erste Mal, dass dieses Festival stattfindet. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen. Ich hoffe, dass es in der Gesamtheit ein Erfolg wird und dass wir das Ganze in ein oder zwei Jahren wieder machen werden. Daneben auch schon Erfahrungswerte damit gesammelt haben. Und geguckt haben, wie das Ganze läuft. Und ja, wie gesagt, am 3. und am 4. könnt ihr hier in Göttingen spielen. Das heißt, wenn ihr irgendwie aus der Nähe kommt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich habe auch schon von zwei, drei Leuten gehört, die von ein bisschen weiter weg kommen, die extra dafür anreisen. Da könnt ihr auch mal gucken. Es gibt in Göttingen irgendwie das Boxhotel, B&B Hotel, Airbnbs gibt es natürlich auch. Ganz viele andere Möglichkeiten, da irgendwo unterzukommen. Also, ich würde mich einfach freuen, da ganz, ganz viele von euch zu sehen. Wenn ihr kommen werdet, schreibt gerne mal einen Kommentar unter das Video, damit ich ein bisschen sehe, wer so alles aus der Community da ist. Und dann freue ich mich, euch da zu sehen. Es gibt da, wie gesagt, auch noch ganz viele andere Sachen. Es gibt was für Tabletopper, es gibt was für Rollenspieler. Es gibt irgendwelche Speedruns in irgendwelchen digitalen Spielen, eine Pokémon Go Stadtrallye wird es geben, ein TK Rocket League Turnier wird da sein, E-Sport zum Anfassen und selber spielen, Rundgang Räume des Wissens, Kinder-Theaterstück über Games. Also, guck mal auf die Homepage play-forward.de. Da gibt es ganz viele, auch hier Barcamp, Räume des Wissens, Spiele des Wissens, Forum Wissen Workshop. Also, das ist echt, ne, antike Brettspiele damals und heute im Forum Wissen, hier so ein Göttinger Museum über Wissenschaft quasi. Also, da gibt es wirklich ein ganz, ganz reichhaltiges Programm, da könnt ihr wirklich auch euch mal Göttingen angucken und dann eben auch an diesen ganzen Workshops teilnehmen. Das soll hier alles so ungefähr in Laufreichweite sein. Ich freue mich darauf, ganz viele von euch da zu sehen. Ich freue mich schon sehr auf das Wochenende, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Das war es von mir, bis bald und tschüss. Das war es von mir, bis bald.